Pass auf, genau, da hast du gesagt, bin ich verrückt im Kopf. Bin ich verrückt? Na, ich hab gesagt, bin ich anders. Bruder, als ob das jetzt hier so eine Taktik ist. Ich fang einfach mal, ich nehm einfach als erstes. Warum fängst du jetzt schon wieder direkt am Parteich zu sein? Man muss ein bisschen gucken, ist richtig. Mein Gott, Junge. Verkehren muss man immer auf die Finger gucken. Okay. Oh, das ist ne gute Frage. Spiel ich schon länger als zwei Saisons bei dir? Bruder, fragst du doch. Also ich bin jetzt in meiner zweiten Saison, war ich schon vorher da. Ja. Jetzt muss ich rein theoretisch alle, die kürzer da sind, wegmachen. Okay. Gute Frage aber. Ja, weiß ich nicht. Ich merk gerade, ist so gut, dass die Wallye nicht. Ja, ich glaube es war es erst mal. Bist du mit dem Ball am Fuß? Ist er stark mit dem Ball am Fuß? Und ich weiß ja wie du bist, weil du kannst das gut bewerten. Gute Frage. Ja. Ich sag eher nein. Siehst du? Nein. So, Musa bleibt auf jeden Fall. Der ist gar nicht gut am Ball. Ja. Gut. Ja. Wenn du ihn bewertest unter den dreien. Ja. Naja, lass ich mal Jerry. Rob. Bleibt. Oder auch nicht. Eddy, Karin, Herpala, Nado. Und ich. Ja, Lombo würde ich auch unternehmen. Hast du schon eine Menge runtergemacht? Spiele ich überwiegend im Zentrum? Also mehr in der Mitte als außen. Ja. Okay. Jerry weg. Karten. Wasser weg. Timmchen weg. Baby. Ja. Kannst du. Ich frage, weil wenn es nicht passt, sagt ihr es ja, dass es nicht geht. Ist es ein Spieler? Ist es ein Spieler? Also ja, das ist ein Spieler. Nein. Also ist es ein Torwart. Oh. Gut. Jetzt muss ich ja schon. Es könnte sein, dass. Ja, weiß ich nicht. Was ist denn? Ich habe ja Lombo jetzt weggemacht. Was ist denn, wenn. Da hast du sozusagen falsch mich eingeschätzt. Würde ich jetzt behaupten. Okay, dann kriegst du einen Punkt. Richtig. Okay, gut. Jetzt muss ich ja schon ein bisschen Risiko gehen. Jetzt brauche ich eine gute Frage. Wenn die passt, dann kann ich weit vorkommen. Habe ich schon mal für Deutschland Nationalmannschaft gespielt? Nein. Flo weg. Nadine weg. Kerem weg. Ja, du kannst. Ah ne, hier auch noch weg. Hier auch noch weg. Richtig, richtig die Chance, ne? Bin ich die Nummer eins als Torwart. Nee. André. Ja gut, jetzt hast du erst mal falsch. Jetzt darf ich, könnte ich, jetzt muss ich Risiko gehen. Ach so, okay. Du hast noch... Ja, hat er ja gerade gesagt, rein theoretisch. Alles klar. Ich weiß, dass mein Sohn das irgendwann anschaut, deshalb feiere ich ihn. Der schaut es nachher schon mal an. Bin ich Patrick? Das wäre jetzt krass gewesen, hätte ich das gepackt. Wer bist du denn? Wer bin ich denn? André. Ja, ist richtig. André Lunev. Jetzt fang ich an, ne? Fang du an, ja. Du kannst ja erst ziehen. Spielt er außen? Nein. Nein? Das heißt, im Zentrum. Komplett. Er spielt nicht außen. Okay, also im Zentrum. Also ich kann auch außen spielen, falls für mich jetzt als 50-50. Ja. Siehst. Okay. Ich habe mich jetzt als Flügelflitzer auch unraubbar rausgenommen. Ja. Okay. Wenn Länderspielpause ist, habe ich frei oder nicht? Frei. Beziehungsweise habe ich grundsätzlich frei? Nein. Okay. Okay. Odi weg. Jerry weg. Zidane weg. Patrick. Grundsätzlich weg. Halla. Charlie. Flo jetzt wieder. Adam. Lucas. Länders. Piero. Odi. Odi weg. Ja. Ja. Ich habe irgendwie ein Gefühl, ich habe ein paar zu viel weggemacht. Aber okay. Dann werden wir sehen am Ende. Okay? Ja. Bin ich ein Rechtsfuß? Ja. Okay. Ähm. Wohne ich im Raum Düsseldorf? Nein. Karim weg. Nadim weg. Kerem weg. Ich selber weg. Jona weg. Oh, wo wohnt der? Das ist die Frage. Boah. Ich lasse ihn erstmal nur drauf. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Kannst du. Wohne ich im Raum Köln? Nein. Das ist die bessere Frage, weil ich irgendwie mehr in Köln wohne. Mehr habe ich jetzt auch letztens gemerkt. Ein großer Teil in Köln. Das heißt, wohne ich im Raum Köln? Nein. Boah. Bei ihm weiß ich gar nicht. Odi weiß ich auch nicht. 100 Prozent. Adam weiß ich. Den habe ich noch hier. Der war aus Düsseldorf. Das ist ja eher Richtung Düsseldorf. Aber Odi weiß ich nicht. Komm. Ich lasse ihn. Okay. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich könnte einen weggemacht haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Spiel ich in der Verteidigung? Nein. Was ist denn das gehen? Boah. Also, bei mir ist es aussichtslos irgendwie. Und wenn, dann wäre es ein großer Zufall. Ja, aber so groß muss ich glaube ich gar nicht das gehen. Bin ich ein Stürmer? Nee. Kein Stürmer? Nee. Also, eher nicht. Ich habe einen Fehler gemacht vorher, glaube ich. Weil du bist... Das ist gar nicht so einfach manchmal. Nee. Dieses wegmachen. Man hat ja den Drang, einfach mehr wegzumachen. Ja, ja, ja. Damit es weniger bleibt. Aber ich glaube, ich habe einen weniger. Also, zu viel. Weggemacht. Also, ich habe jetzt hier zwei Sachen, die du am Ende auch hattest. Beziehungsweise nur die eine Person wurde ausgetauscht. Bin ich Lombo? Nee. Also, wenn das... Das kann gar nicht sein, dass der der... Punkt für mich? Nee, ich... Mach das bei dir gerade auch. Bin ich Lukas? Habe ich gesagt? Nein. Also, wenn das wirklich ist, dann ist das ein ganz großer Zufall. Du musst riskieren. Aber wenn ich jetzt sage, bin ich, dann zählt es für mich auch ganz entspannt, ne? Ja, genau. Das ist halt wie eine falsche Frage. Bin ich Nadim? Nee. Okay. Ich habe hier nur noch André. Nee. Das wäre auch ein heftiger Zufall, wenn du auch André jetzt hättest. Nee, nee. Habe ich nicht. Okay, mach mal weiter. Du hast gewonnen, also zweiter Punkt. Bin ich ein Torwart? Nee. Du kannst ja nicht. Achso. Ich kann nicht. Ja gut, aber ich habe ja keinen Anhaltspunkt. Okay, wen hast du da jetzt noch? Ich habe Odi und Jona. Ja. Ja gut. Bin ich richtig? Einen von denen? Nee, nein. Den hättest du vorher wegmachen müssen bei Wohnort. Düsseldorf? Ja. Echt? Also Köln. Du hast gefragt, komme ich aus Köln? Dann habe ich gesagt, nein. Ich wusste nicht. Ich war mir nicht sicher. Ich dachte, mach ich nicht zu viel. Die sind doch alle. Genau deshalb ja. Aber bei ihm war ich mir nicht sicher. Ich dachte, alle kommen von denen aus Köln. Oh. Da hast du auf jeden Fall… Ja, wer der hier… Sag mal, wer bist du? Ja. Ja. Okay, dieses grundsätzlich Länderspielpause frei, das hat mich gefickt. Wir hegen keinen Roll. Für meinen Sohn natürlich, der das später anschaut. Ich habe gewonnen gegen Rob, mein Schatz. Easy. Für meine Tochter, wenn sie es irgendwann sieht, ist es nicht immer wichtig zu gewinnen. Man muss Spaß haben. Ja, das ist das Allerwichtigste. Das stimmt. Nein, man muss gewinnen. Doch, doch. Es geht nur ums Gewinnen. Nein, Minello, manchmal. Wenn du älter wirst, ist es okay. Ach, die Frage war dann gar nicht so clever mit der Länderspielpause. Ich habe gefragt, bin ich Linksfuß? Nein. Oh, sorry. Ich habe hier noch beim Mischen das Lombo reinkommen. Ja klar, da haben wir es doch. Da haben wir es doch schon wieder. Man kann da nicht schummeln. Wie? Ja, kannst du doch nicht. Wieso? Oder reinrutschen? Wie willst du schon? Dann habe ich zwei oder wie? Ja, wenn ich auf dem Fersen bin, ziehst du einen anderen unter. Ja, okay. Aber wenn du irgendwann die Frage stellst. Oh, sorry, Bruder. Wenn du irgendwann die Frage stellst und sagst, hat der Haare? Dann fällt das doch weg. Also hat der kleine Lanz. Also ich habe gefragt, bin ich Linksfuß und hast du Nein gesagt? Okay. Gehe ich regelmäßig zum Friseur? Also regelmäßig bedeutet für mich alle zwei Wochen. Nein. Nein. Ja gut, Kerem weiß ich nicht, wie er drauf ist. Das kann auch manchmal vier Wochen sein. Kerem weg. Nadim weg. Musa. Mitch. Ja, Jonas und Zwischending. Aber eigentlich doch. Jona weg. Ich weg. Karim weg. Sado auf gar keinen Fall weg. Bei den Südamerikanern bin ich mir nicht so sicher. Ja, den halte ich mal in der Schwebe noch. Okay? Mhm. Bin ich langsam? Also langsam. Du weißt, wie wir zwei definieren. Ich weiß ja, wie wir es definieren. Deswegen gute Frage. Zwischen schnell oder langsam? Sind wir beide langsam? Wir? Ja. Durchschnitt. Also ja. Bin ich langsam? Nein. Guter Freund von mir mittlerweile. Aber muss ich leider rausnehmen, Rob. Lombo. Okay, der Rest ist schon gut auf den Beinen, ja. Habe ich einen guten Street-Style? Also nicht, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, wer hat in deinen Schrank reingeschaut? Ja? Ja. Gut, alle drei. Ja, Lombo ist okay, aber die anderen beiden teut. Da muss ich leider wegmachen. Warum? Adam weg. Zidane weg. Adam machst du auch weg? Ah, da mach ich auch weg. Okay. Ach, scheiß Hans, ja. Piro auch weg. Zusammengewürfelt. Lombo ist mal so, mal so. Ja, ja. Komm. Bin ich ein Verteidiger? Also ich definiere Verteidiger und Mittelfeldstuhl? Nein. Nein. Okay. Weil sonst ist ja Unverheiratet gegenüber. Wer ihm eigentlich ausscheidet. Scheiß egal. Okay. Mach du bitte, sorry. Bin ich vergeben? Also bin ich in einer Beziehung? Ob verheiratet oder ja? Ja. Gute Frage. Cherry weg. Foso weg. Ja, die Frage war nicht gut. Ich konnte nur zwei wegmachen. Ja. Trag ich einen Bart? Also die Frage ist, was zählt als Bart? Für mich ist Bart, wenn es optisch so ist wie bei dir und bei mir, das ist man sichtbar. Okay, dann ja. Nicht diese Puffen. Ja, ja. Okay. Ich habe hier eine ganz, ganz bunte Tüte, habe ich vor mir hier liegen. Also ich habe von allem was dabei. Schieße ich gerne Tore? Ja. Lombo und Daily weg. Bin ich vom Charakter strange, also durchgeknallt? Also anders? Ja. Um das positiv zu gestalten, anders? Okay. Okay, jetzt muss ich, entweder muss ich Risiko oder ich muss hoffen, dass du den Falschen da hast. Aber die Frage war ziemlich gut gestellt. Dankeschön. In die Richtung von dem. Okay. Gut, also wenn ich jetzt davon ausgehe, du hast sicher die Person, muss ich ja auf Risiko gehen. Die Antwort auf Tore schießen kam sehr, sehr schnell. So, ich habe zwei Stürmer hier und einen so aus dem Fliegel. Ich nehme… Könnte aber auch, bevor du antwortest, extra schnell beantwortet sein, deine Frage? Nein, du warst in Trance. War ich drin im Game? Du hast es richtig schnell beantwortet. Dann probier mal. Bin ich Patrick? Nein. Oh Mann, wenn das jetzt wirklich der andere ist. Okay. Sada? Fragst du? Ja. Bin ich Sada? Nein. Nein? Nein. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Oh, hätte ich gar nicht machen müssen. Scheiße. Dann habe ich jetzt… Okay. Gut, da habe ich ja sogar… Oder er könnte ja rein theoretisch noch… Bin ich Sada? Wo habe ich denn Fehler gemacht? Zu viel runtergehauen. Warte, ich mache jetzt mal meinen Fertig. Bin ich Sada? Nein. Nein. Okay. Du kannst jetzt nochmal raten einfach. Nee, komm. Ich bin manchmal weniger hast. Okay, ich habe jetzt noch Armin. Ja, genau. Okay. Das ist richtig gut. Ja, warte. Wo hast du Karim weggemacht? Ich hatte die letzten zwei… Pass auf, genau. Da hast du gesagt, bin ich verrückt im Kopf. Bin ich verrückt? Nein, ich habe gesagt, bin ich anders und verrückt. Also… Und du hast gesagt… Ich hatte noch… Hör zu. Ich hatte noch Sada und Karim. Okay, gut. Und du hast gesagt… Dann ist die Frage scheiße bei beiden gestellt. Okay, das kann sein, dass du das vielleicht so definierst. Willst du mir sagen, Karim ist nicht verrückt? Doch, aber zwischen den beiden, bitte. Ja, okay, die sehe ich ja nicht. Hätte ja sein können, dass du, weiß ich nicht, Lombo und Karim da hast. Stimmt. Ja, also… Hast du recht, aber… Wenn die Frage strange ist, strange anders… Und sogar positiv gemeint. Karim ist strange. Ja, Karim ist auch nochmal ein anderes Gewicht, aber… Okay. Ja, aber das kann man ja… Deswegen ist es ja ein Spiel. Kann man anders definieren. Das ist die Ansichtssache. Aber war ein gutes Spiel, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Das ist echt so, oder? Ja, aber Minello, ich habe trotzdem gewonnen, mein Schatz. Ja. Ja. Ja.